Das Evangelium nach Johannes Kapitel 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es wurde ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um zu zeugen von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis ablegen von dem Licht. Es war das wahrhaftige Licht, welches jeden Menschen erleuchten sollte, da es in die Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott gezeugt sind. Und das Wort wurde Fleisch, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig so Gewordenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes bezeugte von ihm, rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand von den Menschen hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was nun? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme, die da ruft in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Sie waren aber von den Pharisäern abgesandt. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Er ist derjenige, der nach mir kommt, der doch vor mir gewesen ist, für den ich nicht würdig bin, ihm den Riemen der Sandale zu lösen. Dieses geschah zu Betabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinweg nimmt. Das ist der, von welchem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum kam ich mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und auf ihm bleiben. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der im Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei von seinen Jüngern. Und indem er auf Jesus blickte, der vorbeiging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Da aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgend sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo ist deine Bleibe? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo die Bleibe ist und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas' Sohn, du sollst Kephas heißen. Das wird übersetzt Petrus. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen und er findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs, von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Betrug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen, und die Engel Gottes hinauf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Kapitel 2 Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen wird, das tut. Es waren aber daselbst sechs steinerne Wasserkrüge nach der Sitte der jüdischen Reinigung, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den Edeln Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, dann den Geringeren. Du hast den Edeln Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht viele Tage dort. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es dachten aber seine Jünger daran, dass geschrieben steht. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, Was für ein Zeichen zeigst du uns, weil du solches tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brech diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun von den Toten auferstanden war, Dachten seine Jünger daran, dass er solches ihnen gesagt hatte, Und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, Glaubten viele an seinen Namen, Da sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte, Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand über den Menschen Zeugnis gäbe, Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, Es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem gezeugt wird, So kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch gezeugt werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in die Bauchhülle seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, So kann er nicht in das Königreich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch gezeugt ist, das ist Fleisch, Und was aus dem Geist gezeugt ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wir reden, was wir wissen, Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, Wenn ich euch von irdischen Dingen erzähle, Wie werdet ihr glauben, Wenn ich euch von den himmlischen Dingen erzählen werde? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, Außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, Auf dass jeder, der an ihn glaubt, Nicht verloren gehe, Sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat die Welt so geliebt, Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, Damit jeder, der an ihn glaubt, Nicht verloren gehe, Sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn zuerst nicht in die Welt gesandt, Dass er die Welt richte, Sondern, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, Wird nicht zum zweiten Tod verurteilt. Wer aber nicht glaubt, Der ist schon gerichtet, Weil er nicht geglaubt hat An den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin besteht aber das Gericht, Dass das Licht in die Welt gekommen ist, Und die Menschen liebten die Finsternis, Mehr als das Licht, Denn ihre Werke waren böse. Denn wer Schlechtes tut, Hass das Licht Und kommt nicht zum Licht, Damit seine Werke nicht entlarvt werden. Wer aber die Wahrheit ausübt, Der kommt zum Licht, Damit seine Werke offenbar werden, Dass sie in Gott getan sind. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern In das Land Judäa, Und daselbst hielt er sich mit ihnen auf Und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon, Nahe bei Salem, Weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dahin Und ließen sich taufen, Denn Johannes war noch nicht Ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Auseinandersetzung Zwischen den Jüngern des Johannes Und den Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes Und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war, Jenseits des Jordans, Für den du Zeugnis abgelegt hast, Siehe, der tauft, Und jeder kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, Ein Mensch kann nichts empfangen, Es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, Dass ich gesagt habe, Nicht ich bin der Christus, Sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, Der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, Der da steht und ihn hört, Freut sich sehr Wegen des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude Ist nun erfüllt. Er muss wachsen, Ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, Ist über allen. Wer von der Erde ist, Der ist von der Erde Und redet von der Erde, Der aus dem Himmel kommt, Ist über allen. Er bezeugt, Was er gesehen und gehört hat, Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, Der besiegelt, Dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, Den Gott gesandt hat, Redet die Aussprüche Gottes. Denn Gott gibt den Geist Nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn Und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, Der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn Widerspenstig ist, Der wird das Leben nicht sehen, Sondern der Zorn Gottes Bleibt auf ihm.